Simon! Der ist bestimmt wieder weggegangen, hat nicht gut gesagt. Probably is. Hallo! Urlaub! Ich hab nur noch unterdessen was zu trinken und was zu essen. Simon? Ja, wir haben zwischendurch zufällig festgestellt, dass Simon nicht mehr da ist. Was, ich versuch du mal Simon zu beschwören. Abra, Kadabra, Simsalabim. Simon, ich zauber dich genau jetzt hier hin! Jetzt musst du irgendwas sagen. Das war richtig was dir jetzt. Ich bin einfach absolut krass. Das ist so krass, Junge, ich will einfach nur aus dem Fenster springen. Krass. Kannst du nicht ausdenken, Alter. Ich werde nicht mit den Foto mal so verbunden sind. Ja okay, ich bin... ich lade. Ähm... Viel beitreten. Server antwortet nicht. Warum antwortet denn jetzt dein Server nicht? Ja, ich bin drauf. Ich falle vom Himmel. Ich bin gestorben. What? Na... Nazis, na, wie geht's, na? Nazis, was? Nazis, was? Ich bin da was gewandt. Nein, ich bin... Nazi, nix das. Geil. Nein. Weg mit dem. Puh. Oh no. Glaubst du, was nennt man Instant Karma? Oh shit. Hast du mich selber rausgekriegt? Ja, ich hab mich selber rausgeballert. Indem du mich runtergezogen hast. Nice, man. Richtig nice. Ja, und was gibt's Neues? Rainbow Six. Simon hat das gekauft. Alles klar, dann starte ich den Download. Die Nude. 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 Da muss ich aber erstmal mein Riot Passwort rausfinden. Was wird denn gemacht? Valorant, der Shooter von Riot, ne? Wo ich mega Bock drauf hab. Was wird's damit? Was ist mit diesen 25 Kies? Was ist das? Du kannst jetzt Streams gucken. Close Beta. Aber 25.000 für die ganze Welt. 25.000 für die ganze EU. 25.000 für die ganze EU. Ey, sag mal Nick, warum hast du wirklich dein Partnership mit denen? Ich bin recht im Cueen. Weil ich ruf ja Sachen aus wie Wir, wir, wir! Deutschland, den Deutschen und vor allem wir! So Sachen propagiere ich ja in meinem Stream. Ich muss sagen, ich find hier diese ganzen MG-Dinger... Alter, was klinget denn jetzt mein Telefon? Geht jetzt nix. Was denn? Seine Schwester ist da oben in dem Pferd, ne? Wie ihr diese Muckuck wirst? Ja, glaub nicht. Was ist das? Die mit dem Linkskristen. Ah, da hat sie Lieferung. Auslieferung? Ausrüstungskristen. Ja, ich hab' den Mund nicht zu anlegern. Ja, komm. Dann ist das auf dem Dach unterwegs. Dann ist das auf dem Dach landen. Das ist schräge. Wurste erschlagen, oder? Mein Teammitglied wurde in den Gulag geschickt und... Ah! Wie denn das jetzt schon wieder? Ey, was ist das denn für die Waffen, Alter? Ich hab' den Munknimmer, Herr Grey. Okay. Ja, Leute. Es ist halt hier zu sagen. Ich glaub' das geht's ja nicht mehr. Also besteht hier irgendwas mit scheiß Reddit, Alter. R slash Reddit trending, oder irgendeine Anzeige. Über Modern Warfare 2. Ich zieh mich nicht mit dem Pusse noch ab. Disco, hast du auch schon gestorben. Nice. Wir haben ein Schnürchen heute. Oh Gott, da hinten sind alle auch noch ein Team. Komm' ich denn runter? Wie ich denn hier oben jemanden? Warum warst du denn vor mir dran, obwohl ich... ...schlechter bin? Die Leute wurden dann nicht geklärt, ne? Die sind ja immer noch. Ja, ich... Oh, warte. Komm' ich hier oben. Was soll ich machen? Hier ist ein Kahn. Dein Team mit Krieg hat den Gams verloren. Alter, was war das? Wir müssen aufpassen, dass keine anderen in der Umgebung sind. Oder dann wirklich hoch bleiben. Sonst spielst du am Arsch. Wischst du am Arsch. Warte, ich glaube, ich stelle mein Dingens mal auf. Was? What the fuck? Ja, ich bin der Arschweck, Mann. Niko, ich quatsch gleich mal mit dir, aber ich kann gerade nichts hören, also ich antworte gleich auf deine Frage und ich höre gerade leider nichts. Niko, hast du überhaupt eine Frage gestellt? Nein. Niko, du kriegst gleich die Antwort, da kannst du sicher drauf sein. Die Antwort, du kriegst die Antwort, warte. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr schlafen, ich halt mich einfach mit Pilzen wach. Heiaia. Puh, den geht's gut da. Schwieriger Hase. Das ist ganz schön weite Strecke. Jetzt legt ihm da einen... Alter, ich hätt's einfach mit 100 geschafft. Legt ihm da was hin, bitte Noah. Ich bin 100, wäre es so komplett weggesprengt worden. Ich überleg noch, was ich ihm da schönes finde TNT, TNT neben dem da Das war glaube ich Overkill Ich will, dass du einfach wissen, wie weit der Mixer fliegt Jetzt müssen wir experimentieren Hey! Hey! Was war das? Alter, wurde ich da gescamt, Junge Du kannst dir, wenn du Level 3 hast... Ach nee, du bist gerade eben gestorben, sorry Wer ist gestorben? Du Hä? Ja, du halt gerade eben Was willst du denn mit Cobblestone, Alter? Ja, dann bin ich gestorben Ich wollte gerade sagen, dann könntest du eigentlich gerade, wenn du daheim bist Bei mir was verzaubern, aber... Ich? Ja Ja, ich bin gestorben Ja Hehehe, hey Was hast du denn schon verzaubert, Basti? Aaaaaaah Haaaaaaah Pfff Hallo? Aaaaaaah Dir mal ein Mal in deinem Leben, wirst du jetzt mal Rechenschaft ablegen Ich will... Fuck sech, Noah, was willst du... Hallo? Hallo? Wer ruft? Sag dann... Noah hat mich anrufen Sag mal nix Wollt ich nur Whatsapp, äh, Video kommen, oder? Junge Anerleon, jetzt teile das bitte auch mit uns, was du da erlebst Ja, Noah hat mich gerade angerufen und gesagt, ich soll einen Millionen Euro überweisen und sticht er mich ab Hehehe Hehehe Er hat eine Paypal-Adresse gesagt und wieder aufgelegt Hehehe 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 Jungs, bin wieder da Hehehe 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 Ich war gerade freigewickelt Bang Ich hab sogar die Punkte dafür bekommen Leon, heil mich Ne, der kommt Heil mich, Simon Verfolgt er euch noch? Nein Dann lauf, Kollege Hehehe Hehehe Leon, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen Hi Ist der weg? Ja Ne Ja Ja Ich will da nicht hochklettern, Mann Ich machs Ich auch Heil Treppe hoch Scheißegal, Alter Ja Ja Hi Direkte los Warum sind wir zu dritt hier oben? Ein Rocket Launcher Junge, einer muss hier weg Einer muss hier weg Einer muss hier weg Jemand ist gefallen Hehehe 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 Dosis He będzie Hehehe 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 Scheiße Hehehe 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 Uh Hehehe Hehehe Alter, oh mann, Alter, vollen Sepp, hol mal Fragezeichen, oder? Ey, Junge, bist du bescheuert? Ja, Schimmer, ich bin doch noch nicht fertig. Digga, du hast 10 Sekunden. Achso. Schweine, 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 Schweine. Das war ein Barat oder so. Was? Dann mal doch so ein Tier und ein Gürtel, du Scheiße. Ich weiß nicht, wie das Ding aussieht. Zeit, dass er sich hier abmacht. Heil Bastionaut, der Junge. Das ist ein Produkt! Was? Bei so einem Schuss... Wisch... Ach Gott, was... Ah! Nein, nein... Let's roll! Den zu... Jo? Wen? Jo Mama! Ich sag nur Sozi... Nur Sozi... Ich sag dir so viel, es geht deutlich zu weit... Ja! Ich muss das jetzt nochmal ausprobieren, ob es wirklich daran lag! Ich seh schon den scheiß Bogen in der Hand! Oh no! Oh... 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 Junge Noah! Pass auf! Oh... Ich hasse dich Noah! Ich hasse es... Oh man, Alter! Pick mit Hundem weg! Ich bin mir aber nicht sicher, ob das das war! Vielleicht soll es das gleich nochmal probieren! Hey, weißt du, was da überhaupt passieren soll? Weißt du, was da überhaupt passieren soll? M-mh! Ich kann es dir lieb haben. Wer ist das? Nein, der ruft jetzt Luca an, damit er sich öffnet. Ja, der ruft jetzt noch so gut seine Bärme an. Hier ist der Juli. Heißt die alle Bärme an, oder? Nein, der ist natürlich. Aber wir nehmen dann immer die verschiedenen... Mit Start, mit Start. Weiß ich nicht, habe ich hier nicht. West Virginia. Ich kann es auch wieder auflegen. Hi Simon! Wie als ob... Ich bin doch in London. Wir sind ja auf! Ich bin doch in London!